Ich bin Mereidou. Hi, Yasi ist hier. Vielleicht seht ihr das Glitzern in meinen Augen und um mich herum gerade. Ich bin auf der Spielwarenmesse und wir schauen jetzt mal, was hier so ein bisschen Neues geboten wird, was hier so geht und ich hoffe, wir haben viel Spaß. Mir wurde gerade gesagt, es ist für Kinder ab drei Jahren. Läuft perfekt bei mir. Und mein Hit. Artcore, Artcore. Du kennst den Fiffen. Ciao, ciao, jetzt gibt's Heckmeck. Alter, pass auf. So geht das, ne? Ja, ja. Heute ist so ein Tag, da ist ein Traum von mir in Erfüllung gegangen. Ich bin nicht sicher, vielleicht ist es auch ein Albtraum, aber mal schauen. Hier ist es Informationsgeschäft. Er sind diese Zeit.